Das Resultat aus dem vierten Endenetz würde ich hier in der Linie unter dem Kroba 7.1. 51,75, das ist das letzte Resultat von Tata Charleneau. 51,75 anzeigen, hoch und lehnen über 19,5 anzeigen. Einen schönen Tag, der Kroba 8.1. Der Kroba 8.1. Im Moment bin ich zwei Späner Boni. So ist es nicht. Ich habe Späner Späner Späner.